Es ist der Mann mit dem Penisring, der Mann mit dem Penisring. Alter, das schreibe ich mir auf, das nehme ich für meinen Oma-Rack. Es ist der Mann mit dem Penisring. Ja, der wird locker niedergehalten, sonst würde er sein jetzt nicht woanders hinkriechen. Headshot 857 Meter. Nice. Und... Ach, na komm, das war doch gelandet. Du scheiße, ich muss noch weiter schießen. Ach du scheiße, ich hab grad einen Headshot 988 Meter gemacht. Ich hab einen gottverdammten Headshot 988 Meter gemacht mit dem zweiten Versuch. Ach du scheiße, Mann. Hast du aufgenommen? Normal. Komm noch her, wenn du Stress willst, Alter. Du liegst auf meiner Motorhaube. Schade. Okay, ganz vorsichtig. Gut so, gut so. Patzer? Oh, Granate bei uns, wenn wir von hier. Von mir ist am besten, ey. Kimimoto, ja, mach dein Laser aus, Alter. Er läuft um die Ecke, man sieht doch, wenn roten Strahlen um die Ecke kommt. Bei B sind welche. Oh, oh. Oh, oh. Was ist hier passiert? Dun-dun-dun. Dun-dun. Dun-dun-dun-dun. Junge, geh mal aus dem Weg, Scheide. Ich hab ja aber Angst, Mann. Ganz ruhig. Gogo, na aus. Ich muss mal stehen, Mann. Ja, überfahren mich doch. E, oder? E. Kann ich mit dem EOD-Bot reparieren? Oh, Fahrzeug ist kaputt. Doch, ich kann mit dem... Oh, EOD-Bot ist kaputt. Alter, willst du gerade C4 da dran quämen? Ne, tu nur so. Go go. Oh nein. Das war Skill A. Mein Jet ist kaputt. Die Heli ist immer killed. Was wir für könnten. Nein, jetzt nicht. Ich sehe einfach keine Feinde. LOL Headshot. Nein! Okay. So, also du liegst hier gerade in diesem Gebüsch. Und wenn wir jetzt mal hier rumfliegen... Und da habe ich dann meine... Äh, Dingens. Wie hieß das Teil? Meine Morph gestartet, ey. Oh Gott! Oh! 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 Gute Reise. Gute Besserung. Oh, ich hatte Vorfahrt, du Behinderter. Also seine Beinamen irgendwie... Höhere Definition als meine. Ha! Stealth Modus aktiviert. Ja, der wehrt sich nicht mehr. Okay, unsichtbar. Ja. Ja. Double Panzer Kill. Das ist nicht dein Ernst, ey. Ja. Triple Panzer Kill. War das ein Feind? Was ist das? Hehehehe. Das hier ist mein Fernseher. Oh, hinter mir. Hast du den? Ja, ja. Hahaha, 5.1 Surround Sound. Ich hab nen Kill. Geil. Ich höre mir auch einen. Oh! Der lebt noch! Nee, das kann nicht sein. Da nehm ich mir lieber nen Jet. Cool, ich hab keinen Roadkill gemacht. Was passiert hier? Haha! Hast du jetzt... Oh shit! Von oben, das meckte nie. Haha, von oben. Hahaha! Oh Gott, ich wurde überfahren. Na Munitionskiste? Du und ich? Ihr Mann. Ich hab mein perfektes Dreieck gelegt. Panzer. Kaputt gehauen. Uh! Ja schade, eingesperrt. Ja schade, bin gegen die Wand gefahren.